Musik 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 Eine Fackel Brauch ich so eine Fackel? Genau, nehmen wir mal eine Fackel mit, kann ja nicht schaden Goldene Klaue ist woanders Was ist das denn hier? Aktivieren Säule Schlange Vogel Schlange Ein Rätsel, äh ich hasse Rätsel Sollen die hier überall Wow, 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 wow Ich will mich verarschen Okay, okay Schlange ist da oben auch noch Nicht vergiftet oder was? Ich finde hier noch eine Schlange Und So einen Fisch oder so Schlange, Schlange Hier ist auch eine Schlange Zwei Schlangen, ein Fisch Drei Schlangen, sieht plausibel aus Alter Was schießen die denn hin? Okay, drei Schlangen ist auch nicht Ich Vergesse ich hier noch irgendwas Ein Fisch Ah, ein Fisch und Ach Zwei Schlangen Und ein Fisch Und ein Fisch Ich will mich leider verarschen Ich sag doch, ich hasse Rätsel Ja Muss ich sagen Haben die irgendeine Reihenfolge Dietrich Immer gut Die Reunig Lesendieb Hä? Hä? Wow Das sind die Killerratten Killerratten Ja, ist okay, ist okay Sie haben sehr Gold dabei Das fand ich immer lustig Bei so spielen Wenn so Tiere Gold dabei haben Taschendiebstahl verbessert aus Dichtssinn Einfach mal so, nur wenn man es liest Das finde ich immer gut Was los Ach, ich bin Level Up Wuhu Dann kommen wir direkt mal wieder hier Dann machen wir mal Gesundheit wieder Okay So, was haben wir denn? Blocken Schwere Rüstung Schmiedekunst Verzauberung Ich meine, die Sachen kann man ja auch alle durch Äh, ne? Die kann man ja auch alle durch Benutzen erlernen, ne? Also so ist das ja nicht Was kann man da? Steigert den Rüstungwert um 20% Das ist eigentlich auch nicht schlecht Aber Jetzt mal lieber Ich würde schneller laufen Ich mache einfach hier 40% mehr Schaden Mächtiger Angriff mit Feuer, okay Angriff mit Heakskling Angriff mit Heakskling Ah, okay Lootungsschaden Achso, aber Streitexten Das kann ich noch nicht, ne? Erfordert 30, okay Aber von einfach Naja, ist so viel mehr Schaden Das ist eigentlich so gesehen, dass, äh Beste, ne? Mehr Schaden ist immer gut So, könnte ich wieder zumachen Ne, das gefällt mir nicht Wow Boah, jetzt hör ich mich Ich bin echt erschrocken, hä? Ich bin echt ne Pussy, ey Ich bin echt arschmäßig erschrocken Scheiß Ratte, ey Man ist hier so ein Killer und so Und dann können wir hier ratten Und dann Schwaches Gift Rolle des Feuerballs Ich würde mal wissen, wie man hier Zauberei lernen kann Ich hab's irgendwie keinen Bock, da zu gucken, aber... Soling! Machen wir wieder der Wo-de-bogen Wo ist denn da jemand? Ich weiß, dass ich mit der Klaue vorangelaufen bin, aber ich brauche Hilfe Karte Karte Ah Ich bin doch den falschen Weg gegangen Das wurde... Hä? Ne, egal, ich guck gleich nochmal So, wo wollen wir denn hier irgendjemanden? Mal ein bisschen Level-Ups kriegen Mal ein bisschen Level-Ups kriegen Muss ich mich hier durchschneiden Ach, vielleicht brauche ich hier für die Fackel Ähhh... Objekte... Waffen... Sonstiges müsste ja die Fackel sein... Fackel... Ich wollte es immer nur... Ach du Scheiße... Halt er das von mir fern! Naja, ist ja gut Muss mal der Held kommen Der Asset Der Super-Asset Wo, 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 wo Was ist denn für eine Super-Power-Killer-Spinne So, Objekte Zaubertränke Der Heilung Ja, so mag ich das Passt auch können wir auch einnehmen Halt's Maul Bam, Junge In the face Bist du denn? Ach so Ja, ist ja gut Erstmal umgucken Ich hab Zeit Ich hab Zeit Du bist hier gefesselt Ja, ja Ja Oh Das gefällt mir gar nicht Ist ja gut Spinnenei Das nehm ich auch mit Das hört sich wichtig an Ja, ist ja gut Eigentlich so ne Pussy Siehst du, dass ich hier bin? Wollen wir ein bisschen Gold haben Wenn hier Gold ist Ja, bin ich noch dabei Gold ist wichtig, mein Freund Ich bin Kaiserlicher Als Kaiserlicher brauche ich Gold Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Soll denn die andere sein? Wo ist die Gold? Ja, die Klaue Ich weiß, wie sie funktioniert Die Klaue, die Zeichen, die Tür in der Halle der Geschichten Ich weiß, wie alles zusammenpasst Helft mir herunter, dann zeige ich es euch Ihr werdet nicht glauben, welche Macht die Nordhir verborgen haben Okay Sieht es so aus, als könne ich mich bewegen Ihr, hier drüben Er schlage? Helft mir hier raus! Es lockert sich Ich kann es spüren Du im Kopf Warum sollte ich den Schatz mit jemandem teilen? Ich kann es spüren Ich kann es spüren Ich kann es spüren Ich kann es mal ein Schwert hier rauspacken Ach du Kacke Sind ja mal ein paar hier Okay, erstmal auf den da Ja, da baller ich einfach mit meinem Schwert um Von oben Ja, da guckst du, ne? Gold, Knochenmehl, altes Nordschwert, das sieht aber cool aus Wohl nur neun Schaden Naja, egal Hat der andere Typ denn gehabt Nord 2, oh, oh Ach, Eisenpfeil hat er noch gehabt Dann brauchen wir auch noch auf 20 Gold, Stahlbarren, Seelenstein Wunderbar Ja, dann ziehen wir direkt mal hier Der schöne Schwert an Mhm, 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 mhm Eisen, zwei Ach so, der ändert direkt den Schaden Das hier muss sowieso noch da rein tun Der hat denselben Schaden wie der andere Ja Ich träg weniger Schaden wie der andere als eben Naja Ja, du Pussy Gschied dir recht Steck noch ein Pfeil von mir in da drin Goldene Klaue Abels Tagebuch Pelzrüstung Pelzhelm Ach Ist denn das Tagebuch lesen? Aha Das sieht mit einer Falle aus Irgendwie Schriftrollen, Zutaten, sonstiges Sonstiges müsste das jetzt sein Goldene Klaue Wert 100, ja ich verkaufe die direkt Stahlbogen Okay, hier ist nix, Bücher Ah Meine Finger zittern Ich halte die goldene Klauehändchen hinten Alter, der hat Zeit Tagebuch zu schreiben Kein Wunder, dass die Spinne ihn gefangen hat Lieblingsrecher, es ist leider wirklich Herr Schlüssel zum Ölschutz Jetzt muss ich mir noch zur Halle der Geschichten Und die Tür aufschließen Länge danach haben die Nord den Zugang mit einer Prüfung versehen Okay Öl Okay, weiter blättern kann ich nicht Ich sag doch, das ist eine Falle Ich hab's gewusst Ich schwör's dir, ich hab's gewusst Oh, die HP regeneriert sich aber schnell Äh, ja, wie komm ich da durch? Gar nicht Oder muss ich hinten rum oder so? Ah, okay, muss ich hinten rum Muss ich nicht irgendwie Was ist das hier? Finde das Geheimnis Was soll das denn hier nochmal? Geh mal weg, du blöder markierte Ort Was ist das nochmal? Finde das Geheimnis Ich weiß nicht, ob ich eben zurückgehen soll Mann, der scheiß Weg Dann müsste das der Drachenstein sein, ne? Ne, da muss ich zurück Okay, okay, ist ja gut Mann, jetzt würde ich gerne mal ein bisschen schneller sein Ich meine ganze Rüstung aus Bin ich dann schneller? Mal was probieren Kleidung Ey, das bin echt schneller Obwohl Ja, ich bin schneller Wuhu Was? So Hier hätte ich jetzt auch gerne wieder ne Minikarte Weil ohne Scheiß Das nervt voll Das ständige Umschalten hier So Hä? Ah, ist okay Ist ja nämlich zu... Ah doch, ja, ja, klar Da oben war doch die Ratte, die mich so erschrocken hat Ja, okay Jetzt sagt mir nochmal bitte Wie ihr das Spiel jetzt so findet Und so Ob ich das weiter let's playen soll Weil irgendwie, wie gesagt Resonanz scheint nicht so gut zu sein Im Gegensatz jetzt zu Call of Duty oder Battlefield Da sind die Leute ja irgendwie total in